So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ah, Relikte! Wie das Vieh uns kaputt macht. Oh, hallo und herzlich willkommen. Alter! Das wird jetzt um eine ganze Ecke schwieriger, das Spiel. Ich glaube, wir haben einen ganz neuen Levelabschnitt. Haben wir betreten. Na klar. Also, das ist krank, das Monster. Das ist heftig. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Puh. Können wir was ausprobieren? Reicht noch nicht. Das reicht aber. Alter! Leck mich doch! Ich meine, wenn die ganzen Leute davon reden, ja, das Spiel macht voll Aggro und so weiter. Die Spiele machen nur Aggro, wenn man die ganze Zeit verliert. Und das nervt mich bei Neck gerade übelst. Wie willst du das Ding denn angreifen, bitte? Das reicht echt nicht. Das reicht echt nicht. Das gibt's doch nicht. Kann ich den Shit denn nicht zurückwerfen? Also. Also. Na also. Boah, heftig. Und wir sind wieder ganz klein. nö. Hä? Was? Och, ne, nicht schon wieder hier. Ah! Das nervt ja nicht, Kling. Das nervt ja nicht, Klingel. Huh! Gut, die kennen wir schon. Was mit... Ich weiß gar nicht, kann man die besiegen? Oh ja. Die sind ja eigentlich recht einfach. Oh oh. Da muss man echt warten, bis der Pfeil auf einen zukommt. Natürlich. Ey, der ist so scheiße. Der ist richtig scheiße. Wann kriegt man von den Relikte zurück? Oh ja. Ich kenne ihn nicht. Okay. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Der ist so scheiße. keine relikte also Also entweder hat er mich nicht getroffen oder jetzt machen mir die Attacke nichts mehr aus. Aber ich glaube er, der hat mich nicht getroffen. Oh ne. Bei den Gegnern braucht man Zeit. Also die Szenerie hier im Hintergrund ist schon geil. Zwei von denen echt jetzt? Oh ne. Oh. Wann wird der mal so klein? Ja. Na klar doch. Wieso bin ich jetzt ganz klein? Das ist Faltfort Nox. Hä? Ach da hinten. Cool. Also das gefällt mir hier. Das Labyrinth. Oh. Was ist das hier für ein Labyrinth? Ich dachte schon das Ding sieht uns jetzt wieder. Der liegt hungrig. So bis wohin jetzt? Und weg. Relikt geil. Oh klar. Oh klar. Oh. Glück gehabt. Mann. Was macht das Ding überhaupt? Wird's los? Oh oh. Okay gut. Er ist neu. Hä? Alter. Schon wieder so ein Never Ending ey. Okay. Sag mal. Weißt du, solche Gegner. Ich hasse solche Leute. Ich hasse sowas. Da kommst du nicht ran. Und trifft er dich jedes Mal? Klar, jetzt weicht er wieder zurück. So hast du überhaupt keine Chance, wieder anzugreifen. Na klar. Ist Rot schlecht? Ja. Rot ist schlecht. Wohin? Ah, da lang. Oh. Warum wusste ich, dass das passiert? Oh, ganz viel. Aber wir haben noch nicht unsere Maximalgröße erreicht. Ah, nicht schon wieder zwei solche. Na, also. Echt, alles aufgeben wieder. Puh. Ich würde mal gerne eine Pause machen.